Musik Die Kantonsschule Hottingen ist eine leistungsorientierte, allgemeinbildende Schule. Sie gliedert sich in ein Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht, eine praxisorientierte Handelsmittelschule sowie eine Informatikmittelschule. Im Gymnasium mit Schwerpunkt Wirtschaft und Recht führen wir 20 Klassen mit durchschnittlich 20 Schülerinnen und Schülern. Warum besuchst du die KSH? Die Kantonsschule Hottingen ist eine übersichtliche Schule mit freundlicher Atmosphäre. Sie verfügt über eine gute Infrastruktur und ist um das Wohl ihrer Schüler und Schülerinnen besorgt. In jeder Klassenstufe des Gymnasiums führen wir eine Akzentklasse in Ethik und Ökologie. Wodurch zeichnet sich diese Klasse aus? Die Akzentklasse habe ich gewählt, weil sie es einem ermöglicht, während des normalen Unterrichts Erfahrungen in Ethik und Ökologie zu sammeln. Dies zum Beispiel in den Quartalsakzenten, den speziellen Arbeitswochen und dem Sozialeinsatz. Mit den gesammelten Erfahrungen entstehen neue Sichtweisen, welche in der Klasse zu spannenden Diskussionen führen. In den sechs Klassen der HMS Plus und den drei Klassen der IMS Plus legen wir grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Wirtschaft. Worin besteht der Unterschied GIMI HMS? Die Schüler der HMS Klassen erwerben Zertifikate wie zum Beispiel das SITS, Abakurs, DELF oder auch das FIRST. Zudem erlernen wir eine dritte Kremtsprache. Viele Unterrichtseinheiten finden projektorientiert statt und sind eine gute Vorbereitung für das Praxisjahr. Ich fühle mich in dieser Ausbildung sehr wohl. Zu unserer Schulkultur gehört ein zuverlässiges, entgegenkommendes, offenes und kritisches Verhalten. Fazit im Rückblick? Während den letzten vier Jahren konnte ich mich entfalten. Und ja, ich würde diese Schule wieder wählen. Ich liebe euch noch mehr. Ich liebe euch noch mehr. Nein, nicht, nie, keine Zeit. Und ja, ich liebe euch noch mehr. Saya mich noch mehr und mehr an da ä Turnt. wenn du dich noch wie ein Mädchen getfft. Ich liebe euch noch mehr.